Hier haben wir einen besonders schönen und hochwertigen Baumwollhandschuh in einer strahlend weißen Farbe. Die geschichtelten Finger haben den Vorteil, dass der Handschuh sehr gut passt. Der Blanc besteht aus einem Baumwollgemisch. Das Material macht ihn zu einem sehr leichten und elastischen und atmungsaktiven Handschuh. Er trägt sich angenehm auf der Haut und eignet sich hervorragend zum Eindecken von Geschirr und zum Polieren von zum Beispiel von Gläsern und empfindlichen Oberflächen. Als Unterzieherhandschuh unter Reinigungs- und Chemikalienschutzhandschuhen verhindert der Blanc, dass Ihre Hände schwitzen bzw. wärmt er Ihre Hände, wenn Sie in einer kalten Umgebung arbeiten. Den Blanc gibt es in vielen Größen. Sie haben die freie Auswahl von XS bis XXL. Aufgrund des hohen Baumwollanteils können Sie den Blanc auch bei 60 Grad waschen, wodurch Sie einen sehr langlebigen und immer sauberen Handschuh haben. Den Baumwollhandschuh gibt es auch in Schwarz. Hier wirkt er besonders trendy und modern, ideal als stylisches Element in Küche, Service oder fürs Bankett. Die tiefschwarze Farbe bleibt auch nach mehreren Wäschen noch einwandfrei.